Wie kann man Atemkraft messen, Atemvolumen messen und ich habe hier mal mitgebracht einen Manometer, wo man den Atemdruck messen kann, zum Beispiel wie viel Kraft braucht man in den Luftballon aufzublasen. Ich habe hier Atemgeräte für die Atem- und Ausatmung zu trainieren, auch ein bisschen die Geschicklichkeit der Atmung zu trainieren. Ich habe hier Atemkraft-Trainingsgeräte, um die Atemmuskeln zu trainieren und ich habe hier spielerische Geschicklichkeitstrainingsgeräte, die man für Kinder oder für Instrumente, wo man weniger Atemdruck braucht, zum Trainieren oder auch damit zu spielen. Ich habe auch hier Lungen-Volumentrainingsgeräte, sozusagen um 3 bis 6 Liter Luft einzuatmen und dies zu kräftigen. Ja, und ich habe ein medizinisches Messgerät, wo man Lungenkraft auch messen kann, das Spirometer, das ich euch auch zeigen werde. Einen sogenannten Manometer, damit kann man den Atemdruck messen, der im Mund ist, während man Instrumente bläst oder Dinge ausprobiert. Und dieser Manometer hier, der zeigt die Atemdruckwerte in Millimeter Quecksilbersäule. Das heißt, wie hoch würde man eine Quecksilbersäule hinaufblasen. Da entsprechen 100 Millimeter Quecksilbersäule, 135 Zentimeter Wassersäule, das man auch sehr häufig verwendet als Einheit. Oder ihr kennt wahrscheinlich die Einheit Bar, 100 Zentimeter, 100 Millimeter Quecksilbersäule, sind 0,133 Bar. 133 Millibar also. Oder die SI-Einheit, die man korrekterweise nutzt. Das sind 100 Millimeter Quecksilbersäule, 13.332 Pascal. Pascal ist die eigentliche Einheit. Wir verwenden heute jetzt Millimeter Quecksilbersäule, weil uns das dieser Manometer von der Fazzini-Firma anzeigt. Und der ist sehr günstig, um 20 Euro. Damit kann man Sachen zeigen. Das heißt, hier oder hier auf dem nimmt man das in den Mund und hat kleine Löcher. Und ihr seht vielleicht diese kleinen Löchleins und die übertragen den Druck auf das Gerät. Die sollten wir uns in etwa das gleiche anzeigen. Spannend wird es jetzt natürlich, wenn man Sachen ausprobiert. Am einfachsten, man nimmt mal einen Luftballon und schaut, wie viel Druck brauche ich, um den aufzublasen. Das ist ein großer Luftballon. Das war der orange Luftballon. Nochmal zum Vergleich ein blauer Luftballon. Ja, die Werte sollten relativ ähnlich sein. Aber ganz anders, wenn ich jetzt solche kleine Luftballons nehme, die für Wasserpumpen gedacht sind. Da sieht man, man braucht viel mehr Druck. Ja, auch da nochmal ein zweiter im Vergleich, weil beim ersten Mal aufblasen brauchen die viel mehr Druck, als wenn man sie danach nochmal aufbläst. Ja, also ihr habt jetzt ungefähr Vergleichswerte, was man braucht, um einen Luftballon aufzublasen. Damit kann man natürlich auch ein bisschen seine Lungenmuskeln, besser gesagt die Atemmuskulatur, trainieren. Die können wir uns dann mal anschauen, aus welchen Teilen die besteht. Aber heute oder jetzt zeige ich erstmal die verschiedenen Atemtrainingsgeräte. Hier der Ultra-Breeze, hier kann man die Einatmungmuskeln und die Ausatmungmuskeln trainieren. Und man kann auch einstellen, wie hoch der Gegendruck ist, den man ausatmet. Jetzt ist es leichter angestellt. Und einatmen. Ja, ich kann hier den Gegendruck auch höher einstellen. So, der Ultra-Breeze, wo jetzt der Gegendruck höher eingestellt ist. Und das eine Atmen ist besonders schwer. Es ist sehr angenehm, dass man hier eine Beiß-Einrichtung hat, wo dann der Druck nicht auf der Seite hinausgeht. Das ist beim IMST nicht so gut. Hier hat man aber eher weniger Kontrolle über den Gegendruck. Und der IMST zeigt einem an, zumindest ungefähr, wie hoch der Gegendruck ist, indem man einatmet. Man kann mit diesem Gerät einen geringen Druck einstellen und kann aber nur die Ausatmung trainieren. So, das ist die Anzeige. Und wenn es niedrig ist, jetzt drehe ich es etwas höher. Jetzt ist es schon in der mittleren Position und ich muss schon deutlich stärker hineinblasen. Ja, und ich kann es auch wirklich, wirklich schwer machen und drehe es mal so weit hinein, und dass der Gegendruck ganz hoch ist. So, da muss ich mich konzentrieren und meine Wangen zuhalten. Das ist natürlich jetzt mal interessant, wie viel Luftdruck ich brauche, wenn ich ein normales Musikinstrument spiele. Das ist natürlich jetzt mal interessant, wie viel Luftdruck ich brauche, wenn ich ein normales Musikinstrument spiele. Und da ich eines nicht spielen kann, das aber sehr wenig Luft braucht, probiere ich das zumindest mal zu dokumentieren. Und da ich bin ein normales Musikinstrument spiele. Ja, und ich kann es jetzt mal nicht machen. Und ich kann es nicht daran machen, wie viel Luftdruck ist, wenn ich das nicht mache, Und ich kann es nicht einfach machen, wie viel Luftdruck ist, weil ich es nicht so großartig ist. Und ich kann es nicht so großartig machen. So, da muss ich es nicht so großartig machen. Jetzt probiere ich mal, wie viel Luftdruck ich brauche auf der B-Trompete und ich probiere das mal im tiefen, mittleren Register. Man merkt, der Druck steigt sicher an mit der Tonhöhe. Wenn man laut oder hoch spielen will, braucht man deutlich mehr Druck. Da oben brauchen wir natürlich viel mehr. Schwab und Schulze haben das mal bei 15 Trompetern gemessen und konnten zeigen, dass man zwar sehr hohen Maximaldruck braucht, aber wenn man den bunten Bereich anschaut, den durchschnittlichen Druck im Mund, so ist der meistens bei allen Profis zwischen 15 und 40-50 mm Quecksilbersäule. So, jetzt zeige ich euch mal den Inspiron. Der Inspiron, mit dem kann man Ein- und Ausatemmuskeln trainieren, beziehungsweise vor allem die Kontrolle kann man kontrollieren. Man kann hier die Stärke einstellen. Das heißt, wenn ich das auf ganz klein stelle, dann brauche ich überhaupt keinen Druck, um das einzuatmen. einzuatmen. Wenn ich das auf 6 stelle, dann brauche ich schon wesentlich mehr Einatemvolumen. und wenn ich es auf 12 stelle, dann muss ich schon ordentlich einatmen, damit die Kugel nach oben geht. So, aber ich kann es umdrehen und kann es auch zum Ausatmen verwenden. Da drehe ich es zuerst klein und man sieht, wenn ich da hineinblase, ist das mit dem leichtesten Druck oben. Wenn ich das auf 6 stelle, dann können wir es schon mal wieder messen. Und wenn ich das auf 12 stelle brauche, dann brauche ich auch nicht so viel. Das heißt, mit dem Inspiron kann man auch die Ausatmung trainieren. In der mittleren Stärke umgedreht. Das war jetzt auf 12. Auf 6 nochmal. Ganz ohne Anstrengung. Hoffentlich brauche ich überhaupt noch. So machen. Gut. Aber es ist natürlich interessant, dass ich jetzt zum Beispiel auch ein anderes Mundstück dran stecken kann. Ich kann auf dem USB einfach den Mundstückadapter runter tun und tun mal das Trompetenmundstück dran, was zwar nicht ganz passt. So, jetzt habe ich den mal auf 2 eingestellt und ich kann hiermit auch Kontrolle führen, damit ich länger den Luftstrahl mit einem Mundstück halte. Da kann man sich natürlich allerhandigen Spiele ausdenken, wie man den Atemfluss kombiniert. Also man kann jetzt nicht nur zum Ausatmen verwenden, sondern auch um die Geschicklichkeit zu trainieren. Das ist ein Atembeutel, hier ein 3-Hitter-Beutel, wo man eben dann auch einen Widerstand hat, wenn man das Ganze vollblässt und das ist mehr zum Lungenvolumen trainieren. Also da muss man wirklich viel Luft hinein geben. Das ist sogar ein 6-Liter-Beutel, den man befüllen kann mit Luft, wo man sein ganzes Atemvolumen trainieren möchte, was man vielleicht für eine Tuba auch wirklich braucht. Also ganze 6 Liter schaffe ich nicht. Gut, also es gibt einen 6 Liter Atembeutel und es gibt einen 5 Liter, den ich nicht da habe und es gibt einen 3-Liter-Beutel, um das Lungenvolumen zu trainieren. Noch einen anderen Atemtrainer möchte ich zeigen, der vielleicht wie ein Spielzeug, auch für Kinder geeignet ist, aber auch für Größerer, die Spaß haben am Geschicklichkeitstraining. Und zwar braucht man hier nicht wirklich viel Druck, was man aber ja auch bei manchen Instrumenten überhaupt nicht braucht, sondern man braucht mehr Kontrolle. Es gibt da ein Styroportbällchen, wo man wirklich keinen Druck braucht, aber in Geschicklichkeit. 5 Liter atembeutel Wenn man ein bisschen mehr Spaß haben will, dann nimmt man einen Tischtennisball, den man da drauf setzt und kann auch die Geschicklichkeit üben. Man braucht mit dem Tischtennisball schon deutlich mehr Druck, wie man sieht. Und kann hier konstanten Atemdruck üben. Der Lungentrainer ist natürlich nicht sehr teuer, aber kann ein geschicktes Spielzeug sein, um das Spielen zu trainieren. Ja, es macht richtig Spaß, damit rumzuspielen. Gut. Weil wir gerade am Spielen sind, wollte ich noch schauen, wie viel Druck man braucht, um einen Luftballon zerplatzen zu lassen. BOOM! Das ist ganz schön laut. Und jetzt muss ich natürlich auch noch mit so einem kleinen Wasserstoff probieren. Wasserstoff mit einem Wasserballon ausprobieren, wie viel Druck ich da brauche. Zum Aufblasen natürlich viel mehr. Haben wir schon gesehen. Ja, da scheppert es ordentlich. Das ist doch lustig, so Sachen zu spielen, aber Gehörschutz ist wichtig dabei. Für Mediziner ein Messgerät, ein Spirometer, der genauer ist und die maximale Inhalationskraft und Exhalationskraft messen kann. Wir haben den MIP und den MEP und dazu kann man diesen Filter da drauf stecken. Und dann muss man ihn so stark rein blasen, wie es geht. Genau. Das werde ich jetzt dann mal machen und dann auch so stark anziehen, wie es geht. Und dann habe ich die exakten Werte und kann dann auch noch messen, wie viel Liter Luft kann meine Lunge umwälzen in 12 Sekunden. Und das ist dieses Teil, da kann ich dann eben, wie bei der Luftmatratze aufpumpen, ganz oft so. Versuchen 12 Sekunden lang so viel Luft, um den Lunge ein- und auszuatmen, wie es geht. Gut, das werde ich jetzt mal noch messen. So, so stark ich kann, ohne dass die Luft rausgeht, muss ich hier ein bisschen zuhalten. Gut, das war schon ziemlich ordentlich, 225. Noch mal. So, jetzt 218. Und jetzt einatmen, so stark ich kann. Einatmen. Man sieht jetzt hier, ich habe deutlich mehr als erwartet. Und auch die beiden werden deutlich über den Schnitt für einen 56-jährigen, männlichen, kaukasischen Raucher aus Europa. Ja, wenn man als Trompeter ein Instrument spielt, das viel Lungenkraft braucht, Atemkraft, Atemmuskulatur, dann kann man sich sowas kaufen wie den Amps zum Beispiel. Und, ähm, da kann man es genau einstellen. Besser ist es, man hat da ein Mundstück dazu, damit es besser schließt. Oder man verwendet den, wo das schon mit dabei ist, wo man nicht so hohe Kräfte messen kann. Wenn man mehr Geschicklichkeit trainieren möchte, dann ist wirklich so ein einfaches Spielgerät in Anführungszeichen was sehr sinnvolles. Wenn man Volumen trainieren möchte, dann kann man natürlich mit Atembeutel arbeiten. Und hier kann man sehr seine Geschicklichkeit trainieren, um eben Ein- und Aus- und Atemübungen zu machen. Wie geht es bitte? Untertitelung des ZDF, 2020